Servus liebe Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whisky Häcksler und das Opfer meiner heutigen Verkostung wird ein Tulipadin 15 Jahre. Tulipadin habe ich live im Video noch nicht gehabt, ist heute mein erster, aber privat schon einige getrunken. Ich meine, wir reden die ganze Zeit über Preisentwicklung und es gibt halt doch, neben Tamnavulin zum Beispiel, einige Distillerien, die eigentlich ein sehr, sehr ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis haben und dabei auch noch sehr ordentliche, teilweise sogar überraschend gute Single-Molz produzieren. Eine davon ist Tulipadin. Zu Tulipadin kann man vielleicht ein bisschen was erzählen. Die Distillerie wurde gegründet oder gebaut, also es war mal eine Brauerei. Und da gibt es auch so eine Geschichte, dass ein König vorbeigekommen ist, Bier kaufen wollte und ja, irgendwie ist das da geschichtlich erwähnt. Das war im Jahr 1400, hast du nicht gesehen, aber richtig umgebaut von einer Brauerei in eine Distillerie wurde die Tulipadin Distillerie 1947. Da muss ich auch mal auf meinen Spickzettel ein bisschen schauen und zwar von William Deln Evans ist das umgebaut worden 1947. 1949 haben sie begonnen zu produzieren. Die Distillerie liegt in den Highlands und zwar in Blackford Berthshire und der Name Tulipadin ist im Endeffekt eine Abhandlung oder bezeichnet ein in der Nähe liegendes Moor. Und zwar in der Nähe von Orchid Hills. Dann ging es ein bisschen hin und her. Die wurden gekauft und wieder geschlossen. 1993 hat White & McKay die Distillerie übernommen, um sie danach ein Jahr später schon wieder einzumodden. 2003 wurden die dann wieder aufgenommen. Der Betrieb wurde wieder aufgenommen und seit 2011 sind sie in Besitz von privaten französischen Investments. Und zwar heißt die Familie Picard Wins & Spiridös oder Spiridoix oder keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Im Endeffekt ein spirituosen Vertrieb aus Frankreich. Ja, genau. Ja, was haben wir denn heute hier? Es gibt von Tulipadin eine gewisse Core Range, die die aufgelegt haben, die auch sehr gut ist, die immer erhältlich ist und die auch sehr, sehr preisgünstig ist. Und zwar besteht die aus dem Souverän, aus dem Sautern, aus dem Sherry und aus dem Burgundi. Darüber hinaus gibt es einen 20-Jährigen und einen 25-Jährigen. Und ab und an machen sie diese sogenannte Marquise Collection. Da laufen die ganzen The Murrays drunter. So, und ich habe hier einen, den haben sie sich, weil sie ja jetzt schon fast 20 Jahre produzieren, ganz gut überlegt und haben an der Core Range einen 15er. Ich habe den 10er und den 12er einfach mal übersprungen. Ja, ich finde auch mal eine hehre Ansage. Und haben hier diesen Tulipadin 15 ins Core Sortiment genommen. Gereift ist er in Ex-Bourbonfässern, Kosten tut er zwischen 47 und 59 Euro im Internet, ist nicht gefärbt, nicht filtriert und hat 43 Volumenprozent. Und was er auch hat, eine sehr interessante, schöne Verpackung. Guckt mal, wie so ein Tresor lässt sich die öffnen. Also sehr hochwertig, ohne viel Schnickschnack. Schnickschnack, äh, interessant. Man sieht, wenn man es sich anschaut, ein bisschen die Distillerie und die Highlands im Hintergrund. Ja, Tasting Notes, ein bisschen Geschichte zur Distillerie. Also wirklich sehr wertig, sehr schön gemacht. Die Flasche ist im Endeffekt die, die man kennt, Tulipadin, a drop of pure Highland Gold. Ja, das wird es wohl sein. 15 Jahre alt, 43 Volumenprozent. Ja, wie gesagt, nicht sehr teuer, drum probieren wir mal. Vielleicht finden wir hier eine Überraschung. Oh ja. Heu, ein Heuwagen mit vermodernden Obst. Apfel, Birnenbrand, Heu, Malz, Vanille. Leicht parfümiert. Und ein bisschen Rindenmulch. Feuchter Rindenmulch. Also sehr fruchtig. Kein Rauch. Sehr fruchtig, aber volle Ladung Birne, Äpfel. Volle Ladung. Da kommt kaum was anderes durch. Bisschen parfümiert, meines Erachtens. Heu, so eine leichte Heuwiese, frisch geschnittenes Gras mit Heu. Feuchter Rindenmulch. Ja, probieren wir mal. Ach so, Farbe. Ist ein schöner, heller Goldton. Ander. Ja? Also, das Lange. Leichte Würze. Auch da kommt was getreidig, heuiges durch. Was grasiges. Weißer Pfeffer. Und ich glaube, die meisten von euch haben bestimmt schon mal diese sauren, nee, nicht die sauren, die getrockneten Apfelringe gegessen. Wo es auch die Dörpflaumen und diese Datteln und so gibt. Gibt es ja diese geschnittenen Apfelscheiben, die dann getrocknet, ein bisschen geschwefelt werden. Äh, die ich übrigens sehr gern esse. Und genau so einen Apfeltaste hat er. Also wirklich, genau wie so ein getrockneter Apfel. Finde ich richtig lecker. Pfeffrig. Bisschen Honig. Vanille kommt. Hinten hast du fast sowas wie so eine etwas unreife Banane. Also wenn die nur so schön fest sind, schmecken sie ja nicht so süß und so volumnös, sondern eher so frisch-bananig. Ja? Das hast du mit drin. Und vielleicht noch ein Pfirsich. Schönes Bouquet. Also, ist jetzt sehr angenehm. Man schmeckt ihm auch an, dass er jetzt nicht mehr total jung ist. Ob ich ihn jetzt 15 Jahre in einem Blindtasting gegeben hätte, bin ich mir nicht so sicher. Ich hätte ihn eher wahrscheinlich bei 12 angesiedelt. Weil er doch ein bisschen eine Schärfe, eine gewisse ungehobelte Rotzigkeit drin hat. Und eine gewisse Schärfe. Also, in der Nase hast du Äpfel und Birnen. Da meinst du, du kommst aus der Obstkelterei. Brutal. Diese Heuwiese mit dem Rindenmulch drüber. Angenehm. Schöne Nase. Also, probieren wir nochmal. Wisst ihr, an was der mich erinnert? Haltet mich für verrückt oder auch nicht. Wenn ich bei meinem Lieblingsitaliener bin, da trinke ich immer einen Krabber. Und zwar einen Krabber aus einem Amarone-Fass. Und für mich hat der, auch im Abgang, das hat auch mit dieser unreifen Banane und diesen Dresda-artigen Auswirkungen zu tun, hat der echten Krabbereinschlag. Das mag ich Krabber eigentlich ganz gern, aber das lässt sich echt gut durch die Verbindung dieser Dresda-artigen Geschmacksnuancen und diesen weißen Pfeffer und dieser unreifen Banane. Muss ich wirklich sagen, leicht getreidig, leicht heuig, diese Apfelringe mit drin. Du hast echt den Eindruck, die haben so einen kleinen Spritzer Krabber mit reingeschüttet. Also, mir schmeckt er sehr gut. Er ist überraschend scharf, aber nicht unangenehm scharf. Pfeffrig scharf, was du einem 15-jährigen im First-Fill-Bourbon-Fass gereiften eigentlich so nicht zutraust, weil du ja eher diese Vanille-Karamell-Toffee erwartest. Das hat er nicht. Er hat eher eine fruchtige Komponente und hat vor allem dieses heuig-grasige und diesen leichten Krabbereinschlag mit der Prise weißem Pfeffer. Also, mir schmeckt er. Überrascht mich auch ganz gut. Und für das Preis-Leistungs-Verhältnis muss ich auch sagen, ist das sicherlich einer, den man weiterempfehlen könnte. Kommen wir mal zum Abgang. Abgang ist Mittel. Also, wenn du die fruchtig oder die heuigen Attribute, die du im Mund hast, suchst, sind die eher schnell weg. Was dann bleibt, ist die Würzigkeit der Eiche. Die ist natürlich da. Du hast eine leichte Restsüße mit drin. So wie nach einem Frühstücks-Müsli. Und ist Mittel. Also passt. Wenn jetzt also mal ein Fazit ziehen sollte, dann ist das... Ich würde das mal so umschreiben. Oder versuchen so zu umschreiben. Es ist ein unaufdringlicher Genuss für relativ kleines Geld. Man hat aber irgendwie immer das Gefühl, der könnte nur mehr, aber er legt nie richtig los. Aber er fällt auch nicht ab. Also von daher... Da wäre vielleicht mehr drin, wenn die Fässer ein ticken besser in der Auswahl gewesen wären. Aber er fällt auch nicht ab. Und wenn man Preis-Leistung sieht, ist er wirklich gut. Er ist also für mich kein schlechter, aber auch kein großartiger Whisky. Aber das muss er vielleicht auch gar nicht sein. Ja, meine Lieben, das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch hat's ein bisschen Spaß gebracht und hat euch ein bisschen was gebracht. Stellt euch den ruhig mal, wenn ihr den seht oder trinken könnt, mal in die Bar und verkostet mal. Wäre auch schön, wenn ihr den schon im Glas gehabt habt und mir was in die Kommentare schreibt. Dass wir ein bisschen was zum Diskutieren haben. Ich brauche ja was zu tun tagsüber. Ja, meine Lieben, das war's also von mir wieder. Ich wünsche euch allen ein tolles Wochenende. Ich sage, raise your arms, stay out und slange them up. Bleibt mir gewogen, abonniert meinen Kanal. Und ich verbleib mit freundlichen Gruß, euer Whisky Ächsler. Haut rein!